Das Game ist gefehlt bei mir so übertrieben laut und dieser Hut ist so übertrieben. Eine Million Blutpunkte. Ich habe 2379.184 von maximalen 2 Millionen, die man haben kann. Insoweit. Komm hier rum, hier ist einer. Ist da drin auch einer? Ne, das ist der Keller, aber hier gibt es eine Truhe. Das bedeutet Gratisloop. Ich bin gegen die Jäger dran. Wer hat sie oben hingelegt? Da läuft die, ist pissig drin. Ich bin so ein Dös-Buddel, Alter. Aber, weißt du, ich setze mich an den Generator. Instant das Ding! Leute, was macht ihr da? Wiederschauen. Der hat irgendeinen Hextrot, dann müssen wir mal wegmachen. Ich will den anderen vom Haken retten. Was machen die Teammates, die sind so dumm. Ich weiß. Wir spielen mit Bots, habe ich das Gefühl. Aua! Oh, ich habe das Hext gefunden. Digga, es war so klar. Die hat noch einen Hextroten. Oh, da ist sie! Pass auf, tank ein Hit, tank ein Hit. Du kannst... Du bist unverwundbar, wenn du vom Haken runterkommst. Ich kann mich selbst hochholen. Für die ersten sieben Sekunden. Nein, sie kommt zu mir. Oh, ich wäre fast so weit gewesen. Ja, das war eine geile erste Runde auf jeden Fall. Nicht! Jetzt sind wir... Jetzt sind wir warm. Jetzt sind wir heiß. Jetzt sind wir richtig heiß. Ey, jetzt gleich ein Gen. Schon wieder! Fallieren, meine Lieben! Kommt. Äh, das ist ein Gen. Jetzt kommt die da schon wieder an, ey. Wo bist du denn? Die ist nämlich auch bei mir die ganze Zeit. Hallo? Okay, wie das gezählter weiß ich jetzt nicht. Aber wir hinterfragen das nicht. Ach, da im Schrank bist du, du Sack. Digga, mach mal irgendwas. Das wäre so geil, wenn ihr das jetzt nicht auffällt. Scheiße, ich dachte, das fällt ihr nicht auffällt. Ach, ich hasse. Da bist du! Ich bin da beim Gen! Siehst du das da? Du kannst mich auch gleich hier heilen. Heile mich auch gleich hier. Die jagt da die andere. Sag mal, Joas, was kannst du eigentlich? Ich vollidiot. Ich bin hinter... Ich bin direkt auf sie gesprungen. Sie hat zum Glück mich bemerkt. Die camp bei mir. Die camp bei mir, ey. Läuft schon die ganze Zeit im Kreis. Ja, ich mach währenddessen den Gen. Alles gut. Was für ein Spaß. Warum spielen wir immer gegen solche Leute? Weißt du, was denn melde ich? Die machen nichts. Zwei Gens sind fertig. Was machen die in der Zeit? Da unten ist auch einer. Kann sich da unten in die Büsche setzen. Ah, jetzt ducken. Da seht ihr dich nicht. Na, guck mal. Ich zeig mal, guck mal, was die anderen machen. Einer läuft da rum, macht jetzt... Überlegt jetzt auch. Jetzt macht jetzt einen Gen. Die andere hängt gerade ab. So, jetzt geht sie da runter. Ich glaub, sie kommt sogar relativ... Kommt sie zu mir, dann geh ich. In den Busch. Ja, kommt sie. Sag das doch. Wie du. Da kommt sie. Das ist doch nicht... Ist das der Busch, Joss? Was versuchst du da eigentlich? Ja, weil ich dachte, sie kommt von hinten. Wie? Wie? Also, du könntest nur auf die Luke spielen. Die andere macht gerade... Ich hab die doch da gerade gehört, die Luke. Jetzt hat sie sie gefunden. Zum Ausgang. Drehen. Links. Nein, nicht da. Da. Das schaffst du. Da hat sie noch eine Axt geworfen. Oh, da ist ein Schrottplatz. Ah, da ist direkt bei mir ein Gen. Ja, den seh ich auch. Ich bin so... Scheiße. Gegen wen spielen wir? Legion. Wer ist das? Ein Ghostface für Arme ist das. Oh, na. Er hat... Er hat den Schrankperk. Ein Hurensohn im wahrsten Sinne des Wortes. Try me, bitch. Ging das zu euch, hab ich schon mal einen fertig. Aber mein Teammate, der läuft zum dritten Mal... Zum dritten Mal läuft der an dem Gen vorbei. Er scheint mir zu helfen. Alter. Er läuft dir immer noch hinterher. Ich weiß. Es geht raus. Nein, lass mich in Ruhe. Unser Team jetzt machen wieder gar nichts. Ich hab echt das Gefühl, dass es ein Bots ist. Sag mal, ist der Typ lost? Ein Gen noch. Ja, ich hab mal wieder gar nichts gemacht. Ja, da klar. Nicht bewegen. Oh mein Gott. Bist du hinter mir? Ja, bin ich. Joost, das hat er gehört. Nein, wir spielen wieder gegen die. Ich hör hier was. Ah, diese Karte. Wer hat gesessen? Sie hat diesen Perk. Ich hasse sie. Gezeigt, wenn man... Ähm... 10.000 Glückspunkte gab, das. Moin. Well, 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 well. Natürlich. Anstatt einfach hoch zu gehen, wo da Jen ist. Nein! Sie geht in diesen Raum, wo das Loch ist. Der rennt weg. Der rennt weg. Es kommt niemand. Jetzt wurde er getroffen. Paul. Da kommt die schon. Okay, das war gehackt. Wir sind zu dritt. Machen wir gerade einen Gin. Ich sehe es. Komm zu euch, ne? Die hackt doch. Ich will mal eine gute Runde haben hier. Eine, die ich auch auf YouTube hochladen kann. Den Scheiß kann ich ja hier nicht hochladen. Doch, weil es so ein Scheiß ist. Jeder einmal Killer, jeder einmal Überlebender. Ne, die kann ich echt nicht. Hab ich nie gespielt. So. Wir sind schon mal gleich die ganzen Bots gespawnt. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung erst gelaufen. Perfekt. Macht die los. Schön ist, ich habe einen Perk, in dem ich dich durch Wände sehen kann. Wenn nicht in. Bist du das? Nö. Oh ja, jag ich hier gerade die Bots. So scheiße sind die Bots nicht. Eine Ewigkeit später. Ah, du hast einen hinbekommen. Egal, wie die Bots sich auf Trab halten, ne? Hilfe mal, wo der letzte Gin ist, Joas. Joas, campst du da etwa? Du weißt schon, es gibt zwei Tore in diesem Game, ne? Ja. Jetzt mach ich mal, okay? Das wird ein Arschhaar rasiert. Als Maul. Hast du die Map ausgewählt? Oder ist das Zufall? Ne. Das war mega jetzt. Digger, wie das leckt bei mir. Schon mal die Ausrede vorbereiten, ne? Hast du den angesprungen? Hier ist Johnny. Sag mal. Sag mal, was machst du denn da, ey? Was ist das denn für... Was ist das denn? Was macht ihr denn da? Wird alle im Keller baden, ey? Moin, moin, meine Aktivist. Ja, ich war... Die Bots, die laufen zehnmal an mir vorbei und wollen mich immer noch nicht horretzen. Keine Sorge, du kriegst einen Ehrenplatz da unten. Hier. Alle drei habe ich euch jetzt hier. Wo ist der letzte? Da vorne. Was geht rein? Schon wieder diese Map. Wenn wir schon wieder gegen die Jägerin spielen. Ich quitte. Wie sumpt die? Ich kann das jetzt nicht machen, ne? La, la, la. Das ist irgendein fetter Oschi, der da auf einen Zuge rankommt. Der ist richtig dick. Das könnte ein Clown... Irgendwider ist das der Clown... Oder ist der groß? Ja, groß und dick. Und läuft behindert. Wie so ein Behindertlauch. Es ist Nemesis. Den hätte ich auch als Auswahl. Bloß der ist eigentlich nicht fett. Der ist nur breit gebaut. Weißt du, Leute verwechseln immer breit gebaut und fett. Es gibt einen Unterschied. Weil es ist halt so, die Breite, damit meine ich den Abstand zwischen den beiden Schulterenden. Das ist die Breite. Und nicht die Breite zwischen dem Bauchnabel und dem Rücken. Digga, schläft der Typ oder was? Hier ist ein Zombie. Was ist das für... Ist ja die schlimm? Was mache ich jetzt? Sag doch mal was! Die Zombies nicht anfassen, ne? Wer hat einfach den Jen hier stehen lassen? Hallo. Irgendwann. Jetzt bin ich gefährdet, weil ich diese Scheiße eingesetzt habe, Alter. Jetzt kommt hier schon wieder ein Zombie, Alter. Mich macht das... Diese Zombies gehen mir so doll auf den Sack. Was machst du denn, Pausch? Und wir haben gar nichts. Ich muss mich kurz vor dem Verstecken. Ich warte mal, bis der Jen da auffällt, in diesem... Keine Ahnung, was für ein Modus drin will zu sein. Und dann kann ich den weitermachen. Wenn du den letzten Jen fertig hast, ne? Ich bin hier direkt am Tor. Was ist das? Was ist das? Ach so... Hä? Guck! Guck! Hä? Ich muss doch noch einen Jen fertig machen. Den muss ich gerade am Aufheben. Ach, perfekt. Der ist direkt. Ich bin hier im Schrank, ne? Was macht der andere? Ach, ne, warte. Ich bin der andere. Ich verziehe mich wieder an meinen Jen. In meinen Schrank, meine ich. Dahinten ist noch... Wir müssen noch einen Jen machen. Ja, wenn du hier kommst, dann heile ich dich. Ich kann mich selbst heilen. Ich kann mich selbst heilen. Wo ist der? Wenn ich jetzt hier reinkomme, der letzte Cheater sein kann. Wo ist der? Der sucht hier aber auch echt akribisch. Der hat doch irgendeinen... Ach, der hat dich gesucht. Ja, er sucht hier echt. Digger. Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Du musst rauskommen, ne? Wir liegen hier. Ich kann mich selbst heilen. Das kriegen wir hin. Wir müssen jetzt nur diesen einen Jen fertig kriegen. Ich mach grad den letzten Jen. Den hätten wir schon längst fertig. Hätte er diesen Drecksperk nicht gehabt. Jetzt lockt ihr nicht zu uns. Wo seid ihr denn? Hier, bei der Palette. Achso. Ja, ihr seid bei der Palette. Warum heilst du mich? Ihr müsst den letzten Jen einfach nur noch paar Sekunden fertig machen. Der bringt mich... Ich bin jetzt tot. Schon zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Ich bin tot. Wer war das? Bruder, mein Herz. Was macht er? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, Alter. Wo ist diese Luke? Wo ist diese Luke? Hier in den... Was? Mein Spiel ist abgeschmiert. Paul? Wer war Host? Mein Internet. Hallo, Paul. Oh mein Gott. Hurry. Untertitelung des ZDF, 2020